Moin aus der Chefredaktion der Nordwestzeitung. Ich begrüße unseren Ministerpräsidenten Stephan Weil recht herzlich bei uns. Heute mal mit einem Format. Wir werden morgen ein ausführliches Interview in der Nordwestzeitung auch haben. Und natürlich auch auf NWZ Online nachzulesen. Heute machen wir mal Facebook Live. Das Format Kurzgeschnack, was wir installiert haben, wird nicht ganz so kurz heute. Er gibt uns eine Viertelstunde. Und ich nehme mich zurück. Ich werde nur zwei Sätze vervollständigen lassen. Ansonsten sind das ausschließlich Fragen unserer Leser. Wir haben das so ein bisschen gebündelt. VW ist drin. Twesten ist drin. Es ist Natur drin. Es sind einige Frageomplexe. Mal gucken, wie wir durchkommen. Seien Sie herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Beim Kurzgeschnack ist es so, Tradition, wenn Politiker da sind, die müssen einen Satz vervollständigen. Wenn heute ein CDU-Mitglied zur SPD wechseln will, würde ich Ihnen dringend raten, sich das nochmal genau zu überlegen und ihm eher empfehlen, sein Mandat abzugeben. Gerne dann anschließend in die SPD einzutreten. Gerne auch für ein Mandat beim nächsten Mal zu kandidieren, aber vorher sauber zu bleiben. Als ich gehört habe, dass Frau Twesten wechselt, war mein erster Gedanke. Ach, ganz genau weiß ich es natürlich nicht mehr. Aber mir war völlig klar, dass das ein politisches Erdbeben auslöst. Da muss man auch kein Profi sein, um sich das ausmalen zu können. Wir haben eine Frage aus Bad Zwischenhandel. Frau Elke Steffens möchte gerne wissen, lieber Herr Weil, was verdienen Sie im Aufsichtsrat von VW? Genau 6.200 Euro, das ist im Gesetz festgelegt. Die Aufsichtsratsvergütungen sind wesentlich höher, aber den Löwenanteil, das hängt immer vom Geschäftsverlauf ab, der landet selbstverständlich in der Landeskasse. Also reich werde ich da nicht. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, Frau Eilers möchte wissen, ich möchte mit allem Respekt anfragen, warum Sie nicht ehrlich zugeben wollen, dass Ihre Regierungserklärung mit dem VW-Vorstand abgesprochen worden ist und von diesem redigiert wurde. Stehen Sie offen und ehrlich zu dem, was Sie getan haben, damit Ehrlichkeit macht den Menschen ehrbar. Und schaffen Sie durch Ihr Verhalten bitte Vertrauen. Was würden Sie dieser Frau antworten? Ich würde ihr sagen, und das tue ich hiermit gerne, ich würde mich so verhalten, wenn es so gewesen wäre. Aber es ist nachweislich falsch. Sie liegt richtig falsch. Es tut mir leid. Das ist ein Entwurf einer Rede gewesen, die ich selbst verfasst habe. Und die ist dann nach Wolfsburg geschickt worden, mit der Bitte mitzuteilen, ob rechtlich etwas Falsches drinsteht oder tatsächlich. Was die Bewertung angeht, haben wir die Wolfsburger gar nicht um ihre Beurteilung gebeten. Und es ist auch nichts weichgespült worden. Lass mich das noch kurz sagen. Was das Weichspülen angeht, da muss ich mich nicht in eigener Sache verteidigen. Lobbycontrol, also eine Nichtregierungsorganisation, die wirklich hohe Anerkennung genießt, hat sich das sehr genau angeguckt und hat gesagt, nicht zu beanstatten. Wenn das Lobbycontrol sagt, dann spricht das dafür, dass da viel dran ist. Verstehen Sie denn, dass die Leute draußen sagen, diese Nähe ist in weiten Teilen unerträglich und hat jetzt nochmal so einen Klacken ausgelöst? Oder hätte man das früher viel deutlicher machen müssen, mehr Offenheit rangehen? Oder wieso poppt das jetzt auf einmal so auf? Das ist gar nicht jetzt aufgepoppt, interessanterweise. Sondern das Ganze ist über ein Jahr her. Da hat das in der Landespolitik ganz kurz eine Rolle gespielt. Und die Landesregierung hat auch sehr transparent unterrichtet. Das wussten auch die Landesmedien. Die haben sich das auch angeschaut, haben auch gesagt, ist alles in Ordnung. Und deswegen finde ich diesen Vorgang, der jetzt seit Sonntag über die BILD am Sonntag stattgefunden hat, so wirklich unsäglich. Das ist eine bewusst verzerrende Darstellung. Und dass das Menschen alarmiert, das kann ich sehr gut verstehen, ehrlich gesagt. Also nach all dem, was wir gehört haben, insbesondere aus der Automobilindustrie, gibt es viele Menschen, die trauen der Industrie alles zu. Und das schien ein weiteres Beispiel dafür zu sein. Nur, wer sich wirklich mit dem Sachverhalt befasst, der wird feststellen, Nein, die Landesregierung und der Ministerpräsident haben sich korrekt verhalten. Ein Herr Kruse möchte wissen, Martin Winterkorn hat als früherer Vorstandsvorsitzender vom VW außer guten Entscheidungen auch teils desaströse Geschäftspolitik des Konzerns zu verantworten. Wie stehen Sie heute, weil Sie Mitglied waren, zu Ihrer Verantwortung? Es geht weiter, dafür liegen Verträge zugrunde, die Stefan Weil als Mitglied des Präsidiums des VW-Aufsichtsrates mit zu verantworten hat. Erstens würde ich sagen, in der Bewertung stimme ich in beiden Teilen ausdrücklich zu. Das sehe ich auch so. Ich bin 2013 in den Aufsichtsrat gekommen. Diese Krebsgeschwüre, die da angelegt worden sind in Sachen Schadstoffe, die sind, wenn man näher hinschaut, 10, 15 Jahre alt. Also das Kind war mit anderen Worten schon in den Brunnen gefallen. Und ich hatte wirklich 0,0 Anlass zu wissen, zu ahnen auch nur, dass da so etwas schmurt und schlummert und droht. Wir haben allerdings die richtigen Konsequenzen ausgezogen. Ich arbeite jetzt seit zwei Jahren sehr intensiv an diesem Thema. Ich nehme das mit dem Aufsichtsrat wirklich insbesondere auch mit Blick auf die Aufsicht sehr, sehr ernst. Wir haben sehr intensiv an der Aufklärung gearbeitet und wir haben auch Vorkehrungen dafür getroffen, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Das ist die größte Krise von Volkswagen in seiner Geschichte. Und ich arbeite hart daran, dass das Unternehmen diese Krise auch überwindet. Ein Leser aus Oldenburg möchte nochmal wissen bezüglich der Regierungserklärung, ist in den eigenen Reihen der Juristen, der Staatskanzlei oder des Wirtschaftsministeriums nicht ausreichender Sachverstand vorhanden, um die Rechtslage ausreichend selbst beurteilen zu können? Ja, das war eine sehr spezielle Situation. Wenn Sie sich zurückerinnern, im Herbst 2015, da war Volkswagen wirklich in einer, man muss sagen, dramatischen Situation. Und zwar insbesondere, nachdem man ein Jahr lang die amerikanischen Behörden hinter die Fichte geführt hat, auf gut Deutsch, drohten da Justizverfahren, die am Ende wirklich den Kern dieses Riesenunternehmens bedroht hätten. Das war dramatisch, das kann ich im Nachhinein sagen. Und dass in einer solchen Situation Vertreter der Landesregierung bei öffentlichen Äußerungen sehr genau und sorgfältig agieren und sich fragen, stimmt das, was ich da sage? Ich möchte nichts Falsches sagen, ich möchte auch keine falschen Bewertungen, insbesondere in juristischer Hinsicht, zum Ausdruck bringen. Das würde ich sagen, war Ausdruck unserer Verantwortung. Es ging damals um sehr viel, würde ich heute vor einer vergleichbaren Situation stehen. Ich würde mich ganz genauso verhalten. Dann kann ich auch die Frage von Frau Telkmann ein Stück weit beantworten. Sie sagt, Sie sind doch selbst, lieber Herr Weil, ausgebildeter Jurist. Hätten Sie nicht die rechtlichen Fragen checken können und sie nicht erst an VW schicken müssen? Ja, gerade gute Juristen, ehrlich gesagt, wissen ganz genau, wo sie selber sich zurückhalten sollten. Und was Haftungsfragen nach amerikanischem Recht angeht, da muss ich sagen, da habe ich mich nie als Experte gefühlt. Das war eine sehr spezielle Frage vor einem dramatischen Hintergrund. Ich glaube, es wäre gar nicht anders gegangen. Ich hätte mir jedenfalls nicht ausmalen wollen, dass wir irgendetwas machen, was anschließend dazu führt, dass die Börsenkurse sich sonst wohin entwickeln und auf einmal unglaubliche Konsequenzen in den Vereinigten Staaten drohen. Herr Übelacker möchte gerne wissen, er sagt, Herr Weil, Sie sind Mitglied im Aufsichtsrat von VW. Das ist ein großes Thema. Wir haben unglaublich viele Zuschriften zu VW bekommen. Wir haben das gebündelt. Viele doppelten sich halt. Mit Ihnen besteht im Aufsichtsrat eine Mehrheit aus SPD, Gewerkschaftsbund, IG Metall, Personalräte. Die hier aufgeführten Mitglieder vertreten die Interessen der Arbeiter und der SPD-Mitglieder. Was macht diese Mehrheit? Nichts. Die Arbeitnehmer finden sich bei diesem Verhalten auf der Straße. Finden Sie das gerecht? Nein, ich glaube aber, dass der Sachverhalt ist anders, als er in der Frage zum Ausdruck kommt. Nehmen Sie mal das Beispiel Zukunftspakt. Im letzten Jahr gab es wirklich eine ganz schwierige Diskussion über VW. VW, wie soll sich eigentlich das Unternehmen weiterentwickeln und wie werden sich auch die einzelnen niedersächsischen Standorte weiterentwickeln? Und da haben gerade diejenigen Beteiligten, von denen hier eben die Rede war, also die Arbeitnehmerseite und das Land, dafür gesorgt, dass die niedersächsischen Standorte klare und auch gute Perspektiven bekommen. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das für die mehr als 100.000 Arbeitsplätze bei VW ausgegangen wäre, wenn wir die Situation so nicht gehabt hätten. Es ist über die Jahrzehnte in unterschiedlichen Situationen von VW immer wieder nachweislich gewesen, wie ungeheuer wichtig das Landesengagement dafür ist, dass sich dieses Unternehmen in Niedersachsen gut entwickelt. Das ist der weltgrößte Automobilbauer. Der ist überall tätig. Aber davon haben wir nichts, wenn das nicht insbesondere auch in Niedersachsen stattfindet. Damit man uns nicht vorwirft, wir würden hier eine Seite stellen. Die Mail lese ich ganz vor. Alle Mails haben wir ganz vorgelesen. Fort möchte ich Ihnen sagen, dass ich Sie als Landesvater immer sehr geschätzt habe. Eine Frau Panemann. Meine Frage an Sie. Warum haben Sie sich in der Dieselaffäre nicht mehr auf die Seite Ihrer Kinder gestellt? Also, ja, ich habe nur einen Sohn, aber ich fühle mich insbesondere auch dem Thema verpflichtet, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass Volkswagen wieder erfolgreich und sauber ist. Und mit sauber meine ich zweierlei. Erstens, was die Schadstoffe angeht. Und zweitens, was die innere Verfasstheit angeht. Dass wir diese Welt haben, das ist auch Ausdruck von Problemen in der Unternehmenskultur. Und das ist ein längerer Prozess, das wirklich umzudrehen. Das entsteht über eine sehr lange Zeit und das lässt sich nicht auf Knopfdruck umdrehen. Also, meine Motivation, nach der gefragt ist, die ist sehr klar, so wie Ihre Leserin fragt. Ich fühle mich, gerade wenn ich als Ministerpräsident in einem Unternehmen engagiert bin, dem Gemeinwohl verpflichtet. Und zwar in allererster Linie. Wenn jetzt jemand sagt, aber du sollst doch eigentlich dem Unternehmenswohl dienen, sage ich, Dieselgate ist das beste Beispiel dafür, dass dem Unternehmenswohl nicht damit gedient ist, wenn fortdauernd gegen das Gemeinwohl verstoßen wird. Diesel ist ein großes Thema. Wir haben das zusammengefragtet. Dann wurde es auch sehr individuell. Aber die Leute sagen, ich habe mir jetzt einen Diesel gekauft und der ist auf einmal nichts mehr wert. Ich übertreibe das mal. Aber hier schreibt jemand, wie können Sie und die Politik allgemein, alle Parteien es verantworten, mich jetzt beim Fahrzeugwert und beim praktischen Nutzwerk des Fahrzeugs doppelt zu enteignen. Ein anderer Leser schreibt, macht es denn Sinn, diese Fahrzeuge mit Diesel 4 einfach zu verschrotten? Was soll ich damit tun? Ich verstehe, dass ich was tun muss, aber ich habe zurzeit keine Wahl. Ich habe mir einen Wagen gekauft, der hat die Euro-4-Norm und der soll auf einmal nichts mehr wert sein. Was würden Sie diesen Lesern antworten? Ich würde eine gespaltene Antwort geben. Was die Diesel-Fünffahrer angeht, das ist die größte Gruppe. Da muss vor allem die Industrie dafür sorgen, dass Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass man auch künftig in allen deutschen Städten mit seinem Auto fahren kann. Das ist es ja, um was es geht und weshalb ein Wertverlust gefürchtet wird. Und da sind wir, nachdem wir in der letzten Woche beisammen gesessen haben, bei diesem berühmten Dieselgipfel, einen Schritt weiter. Was die Diesel-4-Fahrzeuge angeht, da erleben wir jetzt etwas, was ich prinzipiell für ganz richtig finde. Die Diesel-4-Fahrzeuge, man kann sagen 1 bis 4, die sind älteren Datums. Die stoßen natürlich mehr Schadstoffe aus. Und je schneller es uns gelingt, diesen Teil der Fahrzeugflotte aus dem Verkehr rauszunehmen, desto besser ist es für die Umwelt. Und gleichzeitig ist es auch ein Beitrag zur Beschleunigung, zur Modernisierung der Flotte insgesamt. Ich würde mir insbesondere wünschen, wenn das auch genutzt wird, um mehr auf Elektromobilität umzusteigen. Volkswagen hat jetzt ein gutes Angebot gemacht im Zusammenhang mit der Umstiegsprämie. Die anderen, finde ich, da geht noch mehr, aber das müssen die ja jeweils für sich entscheiden. Jetzt kommt es darauf an, wirklich eine Bilanz zu ziehen und zu sagen, reicht das, um mit guten Gründen gerichtet zu sein, ihr müsst keine Fahrverbote fängen. Das muss das Ziel sein von Industrie in erster Linie, aber eben auch Politik. Und wenn das gelingt, da bin ich relativ guten Mutes, dann wird auch kein echter Wertverlust zur Verzeichnung sein. Kurzer Einspruch, um an diese 10.000 Euro zu kommen, müsste ich mir aber auch ein Auto von 54.000 Euro, glaube ich, kaufen. Also ich bin schon im hohen Level. Es geht auch darunter und es ist auch nicht die einzige Prämie, aber ohne, dass wir da in die Details gehen. Es ist einfach ein Anreiz für Autofahrer, sich zu überlegen, ob das für sie eine günstige Gelegenheit ist. Stefan Bruns möchte wissen, wie sehen Sie Ihre und die parteipolitische Zukunft der SPD in Niedersachsen? Und, wir wechseln jetzt das Thema VW, wie bewerten Sie die gegen Ihre Partei und gegen Ihre Person durchgeführten, Er schreibt Beeinträchtigungen, Parteibuchwechsel Zwesten und VW-Diktat. Ja, also Beeinträchtigungen, das kann ich bestätigen. Also gerade die letzten zwei Wochen, die waren wirklich hart, das kann ich sagen. Aber umso interessanter ist die Reaktion der Niedersächsinnen und Niedersachsen. Wir haben heute eine ganz neue Umfrage. Ich habe mich gefreut zu hören, dass die SPD stabil geblieben ist, sogar noch leicht zugelegt hat gegenüber dem letzten Mal, was ich nicht für Möglichkeiten hätte, dass es keine Wechselstimmung in Niedersachsen gibt. Ich war nicht überrascht darüber, dass es bei meinen persönlichen Werten Abstriche gibt. Also, dass diese Diskussion, so wie sie geführt worden ist, da auch Spuren hinterlässt, das war mir völlig klar. Aber ich habe den Eindruck, dass die SPD in Niedersachsen wirklich ein gutes Fundament hat, gute Wurzeln hat. Und jetzt geht der Wahlkampf erst richtig los. Also bezogen auf den 24. September und auf den 15. Oktober, Bundestag und Landtag, in Niedersachsen bin ich zuversichtlich. Herr Juren möchte wissen, meine Frage an den Ministerpräsidenten. Mit wie vielerlei Maß denn innerhalb der SPD bei Parteiein- und Austritten gemessen wird? Er führt jetzt einiges auf. Aus der SPD wurde er ausgetreten, hat sich der CDU-Fraktion angeschlossen. Hätte die SPD nicht vorher einen ehemaligen AfD-Abgeordneten in ihre Fraktion aufgenommen, wir sind in Thüringen, wäre die Einstimmmehrheit der Koalitionsunterführung des Linken Ramonlo dahin gewesen. Was ist verwerflicher, Herr Wald? Die Rochade der Frau Twest in Hannover oder das Fischen der SPD am braunen Ufer in Thüringen? Ich kann das nicht miteinander messen, zumal ich die Hintergründe von dem Sachverhalt in Thüringen nicht kenne. Aber vielleicht kann man einfach Grundsätzliches sagen. Ich bin immer bereit zu akzeptieren, Fraktionswechsel gehören zum freien Mandat dazu. Und ich bin weit davon entfernt, das freie Mandat in Frage zu stellen. Aber da, wo ein Wählerwille umgekehrt wird zur Frage, wer hat eigentlich im Land das Sagen, da muss man extrem vorsichtig sein. Und in diesem Fall kommt noch dazu, dass ja noch nicht mal irgendeine politische Begründung gegeben wurde, sondern da war irgendwie von Gestaltungsmöglichkeiten so ominös die Rede. In Hamburg heißt es leider auch, es gäbe unmoralische, andere sagen unseriöse Angebote, von denen die betreffende Abgeordnete gesprochen hat. Also das ist ein Vorgang, der ist höchst undurchsichtig, gleichzeitig sehr weitreichend und der hat der Demokratie in Niedersachsen mit Sicherheit nicht genutzt. Da wird jetzt die Frage, passt wie Faust aufs Auge von Herrn Georg aus Wiefelstede. Herr Weil, Sie sprachen im Zusammenhang mit dem Verlust der rot-grünen Mehrheit von einer Intrige. Haben Sie für diese Einschätzung Beweise und wenn ja, welche? Ja, habe ich. Also, was heißt Beweise? Ich habe das eben gesagt. Es gibt Menschen, die sagen, mir gegenüber hat die betreffende Abgeordnete von unmoralischen oder unseriösen Angeboten gesprochen. Das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht hätte. Und das ist ein honoriger Mensch, wie beispielsweise der frühere Landtagspräsident Reut Wernstein, 77 Jahre alt. Also der hat wirklich keine Lust mehr, sich in politische Schlammschachten einzulassen. Und das muss geklärt werden. Was ist denn da passiert? Und bis jetzt mauern die CDU, mauert auch die Fortfesten. Das geht so nicht. Herr Herzog hat eine ähnliche Frage, sagt auch, gibt es Beweise für den Wechsel? Jetzt haut man auf die Grüne und auf die CDU. Seine abschließende Frage aber, stehen Sie als Ministerpräsident und SPD-Landeschef für einen fairen Wahlkampf? Ja. Das sollte man betonen. Ja, wissen Sie, wer mich kennt, der weiß, dass ich wirklich aber 0,0 Interesse an irgendwelchen politischen Wirtshaus-Schlägereien habe. Ich bin eher manchmal meinen Freunden ein Stück zu nüchtern, ein Stück zu sachlich, als dass ich dem Gegenteil den Vorwurf gehört hätte. Das, was wir derzeit erlebt haben im niedersächsischen Landtag und in der Landespolitik, das ist mir wirklich zuwider. Ich glaube, es ist nicht gut für die Demokratie in Niedersachsen. Ich bin sehr für einen engagierten, auch leidenschaftlichen Wahlkampf, aber er soll wirklich schön fair und anständig sein. Das Thema Twisten und VW hat viele andere Themen in den Hintergrund gerückt. Ich habe gewonnen, wir haben nur eine Frage zum Flüchtlingsthema bekommen. Der Nachzug von Familienangehörigen, anerkannter Flüchtlinge, ist bewusst bis nach der Wahl, nämlich bis 2018, ausgesetzt. Frage, wie ist das Land Niedersachsen auf den Zuzug von Familienangehörigen vorbereitet? Mit welcher Personenzahlrechte man für Niedersachsen und ist überhaupt ausreichend Wohnraum vorhanden? Und das alles in 30 Sekunden? Ja, ich weiß. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Jeder weiß, wir haben mit der Zuwanderung aus dem Jahre 14, insbesondere 15, aber auch 16, unglaublich große Aufgaben zu erledigen. Und das wird nicht leichter dadurch, dass jetzt ganz viele Menschen ganz neu dazukommen. Deswegen, ich bestreite nicht die innere Berechtigung von Familienzusammenführung, aber ich muss darum bitten, dass wir das wirklich nach und nach erledigen können, damit wir es tatsächlich auch bewältigen können. Niemand ist damit gedient, wenn wir nach einer, wie soll ich sagen, Welle in den Jahren 2015 und Anfang 2016 jetzt eine zweite Welle dieser Art hätten. Wir brauchen auch insbesondere Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich will noch auf die Bildung eingehen, wurde auch gefragt. Meine Frage an Ministerpräsident Wald. Soll die Schulpolitik in Niedersachsen folgende Punkte weiter betreiben? Förderung weiterer Ganztagsbeschulung? Ja. Inklusion mit gleichzeitiger Abschaffung von Förderschulen? Keine weiteren Förderschulen. Also das ist jetzt erstmal nicht vorgesehen, aber die Inklusion selber, das ist ein längerer Prozess und der ist leider auch noch nicht abgeschlossen. Wir sind jetzt am Anfang, das funktioniert an den einen Orten einwandfrei, an den anderen gibt es Anpassungsprobleme, aber wir sind da noch nicht zu Ende. Sehen Sie das Problem, dass es zu wenig Lehrkräfte gibt an den Schulen und der Unterrichtsausfall zu hoch ist? Wir sind bei landesweiten Unterrichtsversorgung von 98 Prozent, das lässt sich hören, aber ich mache da gar kein Hehl draus, ich will zu 100 Prozent. Das wird in den nächsten Jahren durch die Ausbildungssituation und die Abgänger von den entsprechenden Lehrerausbildungsstätten auch wieder leichter werden, das freut mich drüber. Wir haben die ganz eigentümliche Situation, wir haben den Haushalt saniert, jetzt haben wir eigentlich nicht das Argument, wir hätten kein Geld. Was derzeit vor allem fehlt, sind die entsprechenden Fachkräfte. Landeslistenplatzierungen, Herr Pistorius vermutlich Platz 5, Frau Heiligenstadt Platz 4. Ist daraus zu schließen, dass die SPD die politische Arbeit von Frau Heiligenstadt höher einschätzt, als die politische Arbeit von Herrn Pistorius? Nein, also Listen, Landeslisten in, glaube ich, allen Parteien sind nicht so etwas wie ein Zeugnis, das erteilt wird. Da spielen sehr unterschiedliche Motive eine Rolle. In diesem Fall unter anderem die Frage, aus welchem Bezirk kommt jemand? Von Herrn Rödig eine Frage, die möchte ich auf jeden Fall loswerden. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, da Sie zurzeit besonders bei den Oldenburger Bahnanliegern der Wilhelms-Fafener-Strecke wegen der Bestrebung Ihres Verkehrsministers Olaf Lies zum Ausbau der Stadtstrecke kein gutes Ansehen haben, frage ich Sie, ob Sie als Regierungschef der nächsten Landesregierung den menschenverachtenden Ausbau der Stadtstrecke zusammen mit der Stadt Oldenburg und ihrer Bevölkerung verhindern werden und damit endlich grünes Licht für eine Umfahrung geben. Ich glaube, dieselbe Frage habe ich schon als Kandidat im Jahre 2012 erhalten und ich habe sie damals so beantwortet, wie ich sie heute beantworte. Das kann ich nicht versprechen. Ich habe damals aber, als ich mich mit Oldenburger Bürgerinitiativen getroffen habe, gesagt, ich bin selber Anlieger einer ziemlich befahrenen Güterumgehungsbahn. Also ich weiß da schon, worüber die Rede ist. Deswegen weiß ich auch, dass moderner Schallschutz die Dinge wirklich wesentlich erleichtert. Ich setze weiter darauf, dass da vernünftig miteinander geredet wird und man zu vernünftigen Lösungen kommt. Herr Stammel-Reilers möchte gerne wissen, würden Sie sich für ein weiteres Messstellen bezüglich Diesel- und Umweltverschmutzung einsetzen, unter anderem in Oldenburg und Tempo 30 in Kommunen mit messbar schlechter Luftqualität? Wäre das etwas, wofür Sie sich einsetzen würden? Also was die erste Frage angeht, da muss ich ehrlich gesagt passen, dazu kenne ich mich nicht gut genug mit der Situation in Oldenburg aus. Aber was die zweite Frage angeht, das hängt sehr im Einzelnen dann von den Mobilitätskonzepten ab. Das soll übrigens auch, das ist ein Ergebnis dieses Gipfels, sehr intensiv jetzt vorangetrieben werden. Da, wo die den Verkehr flüssiger machen können, da tragen wir dadurch automatisch dadurch bei, dass es weniger Schadstoffe in der Luft gibt. Und deswegen ist Tempo 30 nicht überall eine Lösung. Es macht aber an dem einen oder anderen Bereich tatsächlich dazu beitrauen und dann bin ich selbstverständlich dafür. Eine Klasse vom Berufsbildungswerk hat sich bei uns gemeldet. Die möchte wissen, warum werden öffentliche Verkehrsmittel jedes Jahr teurer? Was spricht dagegen, dass öffentliche Nahverkehr für alle umsonst ist? Naja, vor allen Dingen, dass es ungeheuer teuer ist und ganz, ganz schwer einfach so zu finanzieren ist. Das würde jedenfalls in Niedersachsen so nicht funktionieren. Was ich allerdings schon sehe, ist, dass wir uns Mühe geben müssen, die Nutzung des ÖPNV für junge Leute zu erleichtern. Da arbeiten wir innerhalb der SPD an einem entsprechenden Konzept und wir haben uns vorgenommen, dass wir für junge Leute im ländlichen Raum, aber durchaus natürlich auch in den Ballungsräumen sagen können, das wird für euch künftig leichter werden. Die Berufsschüler möchten außerdem wissen, warum haben wir in Niedersachsen weniger Feiertage als in anderen Bundesländern? Kann der Reformationstag nicht fest verankert werden? Ja, es hat erstens das historische Gründe, das ist einfach so entstanden. Und bei der Frage, sollen wir einen Tag mehr frei haben, da gibt es bestimmt sofort eine große Mehrheit in der Bevölkerung. Aber bei der Frage, welcher Tag kommt dafür eigentlich in Frage, da bricht sofort also eine politische Hauerei aus. Denn die einen wollen einen weltlichen Feiertag, die anderen einen kirchlichen Feiertag. Ich möchte eigentlich gerne, dass wir in der nächsten Legislaturperiode sehr vernünftig und parteiübergreifend in Ruhe darüber reden, wie sieht eigentlich ein Feiertagskonzept für Niedersachsen aus, das wirklich anständig ist. Dem Ergebnis möchte ich nicht vorgreifen, aber einfach mal sozusagen ein oder zwei oder wie viele Feiertage mehr. Ne, da bin ich ehrlich gesagt auch zu verantwortungsbewusst dafür. Weil Jugendleute sich beteiligen, möchte die Frage auch noch loslegen, was halten Sie von der heutigen Jugend? Und leisten Ihrer Meinung nach Schule und Elternhaus gute Arbeit? Also, ich glaube, noch jede ältere Generation hat über die jüngere Generation gemeckert. Aber ich wüsste ehrlich gesagt jetzt gerade nicht, weshalb. Was ich schon sehe, ist, dass sich die Situation in den Familien zum Beispiel gegenüber meiner Jugend deutlich verändert hat. Also von der Struktur her. Heute gibt es zum Beispiel ganz viele alleinerziehende Familien und dergleichen mehr. Und das Zweite ist, dass natürlich das, was früher automatisch an Kommunikation und Förderung in der Familie stattgefunden hat, heute manchmal unter dem Eindruck von Medien, die ununterbrochen zur Verfügung stehen, so nicht mehr stattfindet. Und deswegen müssen wir, glaube ich, in vielen Fällen auch noch engagierter werden im staatlichen Bildungssystem. Deswegen bin ich zum Beispiel für Ganztagsschulen. Ich stelle Ihnen jetzt noch drei Fragen. Den Rest würden wir weitergeben, weil wir müssen noch auf die Uhr gucken. Wir haben schon überzogen, aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, Sachen Stromtrasse, halten Sie den Bau einer Stromtrasse für nötig? Und wenn ja, welche Trassenart? Wofür plädieren Sie? Erdverkabelung oder für Überlandleitung? Ja, wir brauchen mehr und bessere und modernere Energienetze. Niedersachsen ist das Energieland Nummer eins. Und wenn wir es richtig anstellen, dann können wir aus der Energiewende wirklich als der große Gewinne hervorgehen, gerade übrigens im niedersächsischen Nordwesten. Ich habe eine große Sympathie für Erdverkabelung, die ist aber nach den gesetzlichen Regelungen leider nicht überall möglich. Aber ich weiß, da wo sie möglich ist, trägt sie sehr dazu bei, vorhandene Konflikte zu reduzieren. Die Frage war natürlich klar, dass sie kommt. Welchen Standpunkt zur Ausbreitung des Wolfes in Niedersachsen vertreten Sie? Ich habe ihn nicht erfunden. Ich habe ihn nie nach Niedersachsen geholt. Unsere Vorgängerregierung, die hatte mal so eine Broschüre gemacht, Willkommen Wolf. Der Wolf ist ein Raubtier und es ist schon einleuchtend, dass es automatisch damit erhebliche Konflikte gibt. Und ich kann auch die Ängste von vielen Menschen verstehen. Wenn ich jetzt mal diesen Artenschutz einerseits und die berechtigten Belange der Bevölkerung andererseits nebeneinander lege, würde ich erstens sagen, wir müssen auffällige Wölfe schneller aus dem Bestand nehmen, wie das so schön heißt. Und zweitens, wir haben Gebiete in Niedersachsen, die sind überproportional betroffen. Das ist zum Beispiel die Region Cuxhaven und vor allen Dingen auch die Heide. Und da muss es möglich sein, dass wir einfach da die Last, die damit verbunden ist mit der überdurchschnittlich hohen Zahl von solchen Raubtieren, auch reduziert werden kann, auf gut Deutsch. Und darüber rede ich demnächst mit der zuständigen Bundesumweltministerin in Berlin. Mir gefällt das nicht, wie es so läuft. Dann nehmen Sie als letzte Frage auch das Thema mit. Während Ihrer Regierungszeit, Herr Leiser, wurde die Jagdzeit auf Blässgänse aufgehoben. Jedes Jahr fallen Hunderttausende mit steigender Tendenz auf den landwirtschaftlichen Flächen in den Wintermonaten ein. Wie stehen Sie zu diesem Verbot? Das war eine große Fachdebatte, der ich allerdings nicht im Detail gefolgt bin. Ich hatte den Eindruck, dass man da zu einer ganz vernünftigen Regelung gekommen ist. Aber ich nehme gerne die Frage nochmal zum Anlass, mich genauer zu unterrichten, wenn es recht ist. Das ist das Risiko von solchen Gesprächen. Ich bin nicht einig. Ein wohl das längste kurz geschnackt, also Longtail heute mal. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Weil. Toll, dass wir so viele Fragen bekommen haben, die wir nicht stellen konnten. Reichen wir weiter. Alles Weitere morgen in der NWZ, heute schon NWZ online. Und zum Nachgucken kann man sich auch dieses Video immer wieder anschauen. Vielen Dank und alles Gute. Tschüss, danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020